The Power of the Darkseid mit den Rebellanten und bevor es hier richtig losgeht erstmal einen Schluck aus der Pulle hier ist die Pulle ich stehle mich gerade vor dem Mikro und ein Schluck ist der Pulle ist immer gut und heute habe ich Lust euch irgendwie zu nerven Blaster Kanone ja eigentlich hatte ich diese Folge schon produziert allerdings ist es so dass ich keine Möglichkeit hatte diese hochzuladen besser gesagt ich habe sie hochgeladen aber ich konnte sie nicht veröffentlichen und das Thema der Folge wäre dann ein bisschen sinnfrei gewesen nämlich es wäre die Bundesliga gewesen und zwar vor dem letzten Spieltag aber da eben schon dieser vorbei ist hat es keinen Sinn trotzdem werde ich das erstens was passiert naja klar wird es nicht erwartet München hat die Meisterschaft gefeiert für mich als Bayern Fan ich oute mich immer noch sehr schön auch wenn es schon manche sagen ja es sei schon normal meiner Meinung nach liegt es nicht daran dass Bayern so gut ist dass das auch sondern eher daran dass die umliegenden Mannschaften zu schlecht sind ähm und ich deswegen da heute das Diskussionsthema ist ähm ist die Bundesliga sag ich mal und deswegen alles in die Kommentare was euch im Laufe des Videos dazu einfällt und äh oder eben per WhatsApp weißer Teufel wenn ihr halt keine Lust habt das öffentlich zu machen dann schreibt ihr auch mal schreibt mir eine PN äh ihr kennt die Wege und ihr seid auch nicht doof ähm und äh ich äh habe mir nämlich auch die Meisterfeier ist FC Bayern München angesehen ich meine ich bin ein Fan ja aber obwohl ich nicht der größte Fan bin also es gibt durchaus größere Fans also ich bin nicht so der Ultra-Typ ähm meiner Meinung nach ist es aber nicht normal quasi dass München die Meisterschaft holt denn es ist immer noch eigentlich die schwerste aller ähm Meisterschaften denn äh auch wenn man nicht unbedingt das ist das finde ich allein schon nicht bitter genug aber schlecht man kommt ja nicht so wirklich häufig auf äh gute Mannschaften in der Bundesliga zumindest der FC Bayern München BVB ist natürlich gut äh man kann ja da hält es dann auch schon auf Bayer Leverkusen kann mal was bringen Gladbach kriegt auch mal was hin aber die sind einfach nicht so konstant es hängt natürlich auch wirklich an den Spielern da brauchen wir nicht diskutieren woran das liegt es liegt auch am Geld aber ähm das ist traurig dass äh man muss ja ist einfach so sagen dass Bayern die einzige Mannschaft ist die äh ähm tatsächlich so gut ist ich meine wenn man sich die anderen Länder anguckt schauen wir uns England an da sind Investoren da sind Investoren genug da haben wir zum einen äh den FC Chelsea der ist von ich weiß nicht ob das ist ein Russe ist auf jeden Fall ist er ja aufgekauft dann haben wir äh die Manchester City die können was und äh das sind schon mal zwei Top-Mannschaften dazu kommt natürlich Menü Liverpool ich meine das sind Traditionsklubs das will ich auch unterstreichen aber ähm in Deutschland haben wir äh Hoffenheim das ist aber auch nur ein naja eigentlich mittelklassiker das ist eigentlich ein kleines Dorf was einfach aufgekauft wurde kann man einfach nur so sagen und dann hat es sich irgendwie vorgebracht hat mit Geld um sich geworfen hat es dann geholt äh und ist dann in die Bundesliga gekommen aber äh es gibt eben keine keine deutsche Mannschaft mehr die mit dem FC Bayern München mithalten kann und auch wenn es der BVB teilweise getan hat also auch vor zwei Jahren aber insgesamt muss man leider sagen dass er einfach ist nicht konstant genug okay die Spiel die Spieler gehen auch weg und das wäre dann wahrscheinlich der nächste Kritikpunkt der den meisten einfällt ja Bayern kauft ja im Prinzip Dortmund auch leer ja das äh stimmt zu einem gewissen Punkt aber man muss sich auch fragen zunächst äh hat die Geschäftsführung sobald der Vertrag nicht ausläuft ja immer die Möglichkeit ähm da quasi das Angebot abzulehnen ich meine das macht sie nicht wenn man jetzt sich zum Beispiel den Lewandowski-Fall anguckt das ist klar da ist der Vertrag ausgelaufen ähm da haben sie ihn auch bis zum letzten Zentimeter bewahrt oder äh nehmen wir jetzt äh ist ja der Hummels Fall er hat sich dazu bekannt okay ähm lieber die sind ja auch gut aber zum Beispiel wenn sie jetzt im Sommer Aubameyang verkaufen dann starten sie wieder von neu und dann ich sag jetzt mal sie wirtschaften krass gut das muss man einfach so sagen dagegen ist Bayern nicht so gut aber äh sie sind einfach nicht so gut vielleicht ist das auch nicht ihre ihr Anspruch aber äh deswegen finde ich es schade auch dass die Bundesliga langweilig ist was mich aber ganz im Ernst die Bundesliga hat wenn nämlich Bayern schlechter werden würde würden wir also die deutsche Liga den Anschluss insgesamt an die europäischen Ligen verlieren schauen wir uns an äh wenn Bayern was weiß ich die verantwortlichen wie Neuer äh verlieren würde Ritten Müller ähm Lahm also welche und äh das würde natürlich auch zur Folge haben dass sie eben schlechter werden hätten wir in der Bundesliga mehr Kampf was wäre aber international werden erstens viel mehr Legionäre ganz klar also Legionäre ausländische Fußball äh also deutsche Fußballspieler die aber in anderen Ländern spielen wie zum Beispiel Schweinsteiger aber wir würden auch komplett den Anschluss an äh den quasi die zum Beispiel diese 5 Jahre UE-Verwertung ich meine die brauchst du im Prinzip nicht aber das ist doch scheiße wenn äh die Champions League wenn wir niemals da ein deutscher Verein gewinnt auch wenn die meisten nicht für Bayern sind aber für die neutralen Zuschauer ist doch eine deutsche Mannschaft erstmal immer besser wenn man aus Deutschland kommt als ein äh Verein ich sag jetzt mal aus Spanien weil das das dann nimmt das nimmt einem noch mehr die Spannung und so denke ich muss mindestens ein Verein international auf jeden Fall was drauf haben der BVB macht es im Moment nicht so äh sind ja in der Euro-League rausgeflogen gegen gegen den Jürgen Jürgen Klopp und äh das ist natürlich auch schade aber ich denke insgesamt äh ist das verdient und ich finde wie gesagt dass wir eine Mannschaft haben müssen und das ist dann auch meine Fan-Mannschaft die äh international eben was gebacken kriegt denn ansonsten äh haben wir dann irgendwann einfach da sind wir einfach nichts mehr dann sind wir sowas wie die Portugiesen die kriegen mittelmäßig was zustande in der Champions League aber im Prinzip kommen die auch nie weiter in äh dann äh oder die Franzosen na gut die gehen mit PSG noch aber äh wen haben wir dann noch ja die Russen die Russen kriegen gar nichts hin in der Champions League muss man einfach mal so sagen das ist natürlich schade und äh jetzt eure Meinung die ist natürlich äh meine ich hab ja nur eine Meinung aber ihr habt ganz viele Meinungen denn jeder einzelne von euch hat eine Meinung und jeder der dieses Video sieht jeder der diese Stelle sieht bitte eine Meinung in die Kommentare schreiben ihr seht mich jetzt nicht wie ich nach unten zeige auf die Kommentare aber äh bitte Kommentare schreiben und äh ich würde mich auch sehr freuen wenn ihr sie begründet also nicht sowas wie Bayern ist scheiße du Huren so und such dir einen besseren Verein Thomas ist Beste oder um jetzt einfach einen anderen um jetzt keinen anderen Verein zu nennen sondern sagt irgendwie ja ich finde was weiß ich Bayern Müll da ich bin natürlich ein Fan und ich mag regionale Vereine brabbel 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 äh ich kann das zwar nicht so verstehen aber ich würde eure Meinung trotzdem gerne hören denn ich kann sie bestimmt auch nachvollziehen sie ist nicht meine Meinung aber ich äh höre mir gerne meine Meinung an und ich äh möchte sie dann auch gerne nachvollziehen äh im Gegensatz äh zu wenn wenn solche sowas kommt wie du du nun bla 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 dann äh ist das relativ sinnfrei äh muss man ja mal ganz ehrlich sagen äh und deswegen äh eure Meinung in die Kommentare ich bedanke mich auch schon für diese Folge ich sage bis zum nächsten Mal bis dann Leute Ciao Ciao